Die RTL-Castingshow Deutschland sucht den Superstar startet mit einer neuen Jury in die 19. Staffel. Wie sich in den vergangenen Wochen schon angedeutet hat, ist Schlagerstar Florian Silbereisen mit an Bord und tritt damit die Nachfolge von Dieter Bohlen an. Der 39-jährige Showmaster moderiert seit vielen Jahren große Samstagsabendshows rund um Schlager und Volksmusik im Ersten. Seit rund zwei Jahren ist er aber auch als Traumschiff-Kapitän Max Parga im ZDF zu sehen. Jetzt wird er die Zuschauer zur Primetime bei RTL empfangen. Erfahrungen in der Jury konnte er bereits in drei Live-Shows sammeln, als er Xavier Naidus Platz übernahm. Damals hatte der Ex von Schlagerqueen Helene Fischer noch erklärt, dass ihm die Zeit für eine ganze Staffel fehle. Doch was ist nun mit seinem Job als Kapitän der ZDF-Serie Das Traumschiff? Denn besonders die terminlichen Vereinbarungen, die nun für den Sänger bei RTL und ZDF zu Überschneidungen führen könnten, können problematisch werden, wie aktuell T-Online berichtet. Demnach sollen im April die DSDS-Live-Shows produziert werden. In der Zeit soll Florian Silbereisen aber auch als Max Parga vor der Kamera stehen. Auf eine Anfrage von T-Online dazu reagierte das ZDF bislang nicht.